Das Stadtderby und seine Bedeutung, der neue Zusammenhalt in der Mannschaft und wie schwer ist die Verletzung von Jan Djamra. Das alles in eurem geliebten Community Talk. Ja, moin zusammen, moin Scholle. Moin, Christian. Wie geht's? Ja, mir persönlich geht's gut. Natürlich immer noch ein bisschen unter dem Eindruck der Geschehnisse aus dem Training mit Jan Djamra. Das war natürlich schon ein Schock für alle, die da drumherum standen. Und vor allem natürlich dann auch für die Mannschaft, für den Spieler, für den Trainer. Die haben es ja alle dann noch etwas näher miterlebt als wir. Also insofern. Vielleicht zur Erklärung. Jan Djamra hat sich da heute bei der Vormittagseinheit schwer am linken Fuß verletzt. Man kann aktuell noch nichts über die Schwere der Verletzung sagen. Er wird auf jeden Fall im UKE in Hamburg untersucht, ist da abtransportiert worden. Und da wollen wir einfach mit einsteigen, weil das natürlich eine schlimme Nachricht ist und auch die Nachricht, die natürlich heute alle ASV-Fans bewegt. Scholle, vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, wie das genau abgelaufen ist. Wir waren halt beide dabei. Ja, es war ein Spiel auf verkürztem Feld, auf zwei Tore, auf zwei große Tore mit Torhütern. Jan Djamra hatte einen Zweikampf an der Außendinie mit Joscha Wagnermann. Ganz normaler Zweikampf ist auch nichts weiter passiert. Er setzt sich durch eigentlich, will flanken und bei der Flanke oder nach der Flanke bleibt er entweder am Boden hängen oder vertritt sich ganz schwer. Auf jeden Fall fällt er hin und schreit auch sofort auf. Also man hat das Knacken hören, ziemlich laut. Ich dachte erst, er hätte so mit dem Fuß gegen den anderen Fuß getreten, aber ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres war, dass es nicht der Knochen war. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings recht hoch, dass da was kaputt gegangen ist. Zumindest waren das so die ersten Diagnosen, die vom Rand kamen oder auch vom HSV dann am Ende noch nicht bestätigt wurden, aber in dem Laufe des Tages ja noch bestätigt werden sollen, was da genau passiert ist. Ja, er blieb liegen, wurde lange behandelt, wurde gleich unter Schmerzmittel gesetzt, weil es wohl ein erhöhter Schmerz war bei ihm. Er hat auch geschrien, wie gesagt, die Betreuer waren da, Alexander Hahn, der Co-Trainer, war vor Ort. Dann Bastian Schweinsteiger hat sich vorhin gehockt, hat ihn gestützt und hinten waren dann auch noch die Physiotherapeuten dran, haben den Fuß erst einmal ruhig gelegt oder versucht, ruhig zu legen. Dann haben sie den Rettungswagen gerufen. Der war auch erstaunlich schneller, muss man mal ehrlich sagen. Das hat also keine fünf Minuten gedauert. Dann war der RTW vor Ort, hat den Spieler dann auch gleich behandelt an Ort und Stelle noch. Auch ein Notarzt kam noch hinterher, hat dann also diese Behandlung dann am Ende fortgesetzt. Und ja, er wurde dann im RTW ins UKE, ins Universitätsklinikum hier in Eppenhof, wurde er abtransportiert und wird dort die Stunden noch untersucht, um dann herauszustellen, was da wirklich passiert ist und vor allem natürlich dann auch, wie man mit dieser Verletzung jetzt weiter umgeht. Wir drücken von hier die Daumen. Ich klopfe dreimal auf Holz, dass es nichts zu Schlimmes ist. Gerade bei Jan Jamerad, der natürlich schon eine wirklich üble Leidenszeit verletzungsmäßig hinter sich hat. Ich meine, da kannst du noch mehr erzählen als ich. Beim VfL Bochum hatte er zwischenzeitlich zu Beginn seiner Karriere zwei Jahre lang mit Adduktorenverletzungen oder mit einer Adduktorenverletzung, die nicht so richtig befasst werden konnte. Was ist das eigentlich zu kämpfen? War zwei Jahre lang raus, hat schon sich damit beschäftigt. Vielleicht wird das gar nichts mit dem Fußball, hat sich schon auf ein Studium eingestellt, wollte vielleicht zur Polizei. Dann kam aber doch der Durchbruch. Der VfL Bochum hat ihm nochmal einen Vertrag gegeben, das Vertrauen gegeben. Deswegen tut es mir aktuell, ich glaube, das kann man jetzt auch einfach mal sagen, persönlich sehr leid für ihn, weil er eben so viel schon damit zu tun hatte, mit diesen Pausen, dieser Verletzungen, mit dieser Zeit, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich, habe ich noch eine Chance im Fußball? Und das droht ja jetzt auch wieder eine lange Ausfallzeit. Gerade da, wo er wieder auf dem Weg war, nach vorne zu kommen, regelmäßig zu trainieren, sich auch sportlich zu entwickeln beim HSV und nach fünf Spielen jetzt einen sehr guten Eindruck gemacht. Stammspieler gewesen. Daher auch von mir an der Stelle gute Besserung an Jan Jamra. Wir warten da ab, was passiert. Gute Besserung auch von dieser Stelle. Nochmal, wir drücken die Daumen. Alle Daumen, die wir haben, drücken wir, dass es nicht so schlimm ist, was dort passiert ist. Wollen wir weitermachen mit den Kommentaren? Wir müssen natürlich weitermachen, trotz allem, denn es gibt auch viele schöne Dinge zu berichten. Unter anderem ein sehr schöner Kommentar von dem Kollegen Harry Boot vom 6.9. Der ist zwar sehr kurz, aber er beschäftigt sich mit dem Moment, wo Martin Harnik im Testspiel in Wolfsburg das Tor erzielte, das 1 zu 1 in der 88. Minute. Er sagt, dass man dort gesehen habe, was der Teamgeist beim HSV derzeit alles schon bewirkt. Dass dort also wirklich alle Spieler, inklusive Papadopoulos, auf den Torschützen zugelaufen seien, ihn geherzt haben. Und ja, dass halt einfach ein guter Teamgeist innerhalb dieser Mannschaft herrscht. Dass sowas wie eine beleidigte Leberwurst, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, der dahinter steht aus der letzten Saison, dass sowas nicht mehr passieren würde hier beim HSV. Warten wir jetzt mal ab. Natürlich werden Spieler unzufrieden sein. Das gehört einfach dazu. Das ist auch normal. Aber es stimmt schon, der Teamgeist, der ist erkennbar gut. Und ja, das hat Harry Boot hier in diesem Spiel oder an dem Torjubel nach dem Spiel oder im Spiel gegen Wolfsburg ausgemacht. Macht es den Spielern den Neuzugängen, so wie Martin Harnik, ich weiß nicht, der war da zwei Tage gefühlt beim HSV, macht es den ja auch leicht, in so ein Gefüge zu kommen und sich direkt zu integrieren. Ich meine, Martin Harnik, dem muss man auch nicht mehr erzählen, wie die Fußballwelt funktioniert. Aber das scheint so, jetzt nicht nur aufgrund dieses Spiels, sondern auch im Training, dass der richtig angekommen ist schon beim HSV. Ist auch ein unkomplizierter Typ, ein netter Typ, ein netter Mensch. Er hat selbst gesagt, er sei nicht hier, um Unruhe zu stiften. Er wird sich erstmal hinten anstellen und gucken, was dabei rauskommt. Natürlich möchte er spielen, aber er überlässt es dem Trainer, das zu entscheiden. Und ich glaube, besser kann man das Ganze auch am Anfang gar nicht angehen. Also insofern macht Martin Harnik hier sehr viel richtig und die Mannschaft scheint es auch erkannt zu haben und nimmt ihn sehr gut auf. Scholle, weiterer Kommentar von Kill Bill im Blog, der so ein bisschen eine Bestandsaufnahme macht nach fünf Spielen und auch so ein bisschen darüber hinausblickt. Das Derby und seine Bedeutung für die Zukunft danach. Also dieses Spiel ist jetzt wichtig, ja, aber die Spiele danach seien noch wichtiger gegen die vermeintlich kleineren Gegner. Siehst du das auch so? Ja, er sagt ja, dass gegen Ende Oktober werden wir schon ein Stück schlauer sein. Da sind natürlich noch einige wichtige Spiele, ob es jetzt dann am Ende Aue führt, Leipzig, Leipzig, Bielefeld, Jan Regensburg. Man hat ja einige Spiele dabei, die mit Sicherheit schwierig sind. Dann natürlich dann noch die beiden Spiele gegen den VfB Stuttgart. Also natürlich wird man dann schon eine ganze Ecke schlauer sein, weil die Saison dann auch eine ganze Ecke älter ist und noch eine ganze Menge Spiele gespielt wurden bis dahin. Und ich glaube, er sagt genau das, was Dieter Hecking auch gesagt hat. Und zwar, dass man hier wirklich zusehen sollte, dass man sich von Moment zu Moment, also von Spiel zu Spiel hangelt und gar nicht zu weit nach vorn blickt und auch nicht zu weit zurück. Also man muss einfach sehen, dass man den Fokus immer beibehält. Der Fokus, er ist da. Wir haben eben über den Teamgeist gesprochen. Genauso muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass diese Mannschaft sich intern sehr klar auf ihr Ziel fokussiert hat, dass man genau weiß, worum es geht. Man hat eine Mannschaft, so wird es ja immer gesagt, die zweite Liga kann. Und die auch die Perspektive hat oder diesen Willen, die Motivation hat, aufzusteigen, ein Ziel zu erfüllen, um sich persönlich auch nochmal weiter zu entwickeln, Traum zu erfüllen. Sie sind nicht verunfallt in der zweiten Liga angekommen, sondern sie kommen aus der zweiten Liga und haben große Ziele, haben auch das Potenzial dafür. Deswegen sind auch die Spieler geholt worden, die letztes Jahr als die Topspieler dieser Liga gylten. Ob es jetzt ein Hinterseher war, ein Kind Zombie, also man hat da auf jeden Fall einen sehr gut eingekauften Adrian Fein, darf man natürlich da nicht vergessen. Auch wenn er vielleicht letzte Saison noch kein Topspieler war, aber zumindest hat man erkannt, was er kann. Und das zeigt er hier beim HSV derzeit absolut. Was aber so ein bisschen, wenn ich da kurz reingehen darf, in diesem Kommentar so ein bisschen mitschwingt von Kill Bill, ist so dieses HSV-Pessimistische, ohne Kill Bill da näher drehen zu wollen. Aber so dieses, ja, die Mahner, die mahnen schon an, das hatten wir alle schon mal beim HSV, da müssen wir vorsichtig sein. Ist das so, wenn du dich mit den Fans unterhältst, dass die diesem Braten, so heißt es ja schön, zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein, noch nicht so trauen, weil es eben der HSV ist. Auch wenn was anders ist. Ja, es projiziert sich gerade, was dieses Thema betrifft, projiziert sich sehr viel auf den Trainer, auf Dieter Hecking, der das Ganze mit sehr viel Erfahrung sehr gut moderiert, sehr moderat auch immer seine Töne wählt. Sehr ruhig dann auch höhere Siege einstuft, wie jetzt zum Beispiel gegen Hannover 96. Also er gerät nicht in Euphorie, aber er bremst auch den Optimismus nicht zwingend. Also er nimmt mit, was man aus solchen positiven Erlebnissen mitnehmen kann, ohne dabei durchzudrehen. Und ich glaube, das ist genau das, womit ich hier Kill Bill in diesem Punkt zumindest widersprechen wollen würde. Also ich glaube nicht, dass hier in irgendeiner Form schon über das Ziel hinausgeguckt wird und am Ende das Ziel verpasst wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Mannschaft sehr stabil ist und das hat mit Sicherheit auch den Trainer als einen ganz wesentlichen Faktor vorne anstehen. Bleiben wir nochmal beim Stadtderby. Der Bramfelder 66, der hat kommentiert, dass er sich das Spiel in Hessen anschauen wird. Frankfurt. Ja, genau. Da in irgendeiner Bar und sucht da auf jeden Fall noch ein paar, die mit ihm schon. Also falls ihr noch nichts vorhabt, ihr da draußen in Hessen schreibt ihm, dann könnt ihr mit dem Bramfelder zusammenschauen. Geht aber gar nicht natürlich um den Bramfelder an sich, sondern er greift, finde ich, einen interessanten Punkt auf. Diese Fanfeindschaft, die er anspricht, die sei ihm etwas drüber. Das sieht er gar nicht so. Vor allen Dingen auch, weil sich der FC St. Pauli so gut im Fall Jatta schon positioniert hat. Und findest du auch, dass man das so ein bisschen mal ad acta legen sollte, diese Feindschaft? Nein, also Feindschaft, Feindschaft habe ich persönlich auch nie empfunden, ehrlich gesagt. Es ist einfach natürlich eine hohe Rivalität, aber Feindschaft, genau. Wenn es in den Bereich Feindschaft reingeht, dann klingt das nach Gewalt und das darf es nicht sein. Aber so eine gesunde, starke Rivalität finde ich absolut in Ordnung. Und das Spiel darf auch immer was Besonderes bleiben, muss es meiner Meinung nach auch, weil es ein Stadtderby ist. Vielmehr haben wir derzeit in der zweiten Liga ja auch nicht an wirklich großen Duellen zu verzeigern. Aber natürlich kann man den Umgang miteinander etwas zivilisierter pflegen als die letzten Male, wo man sich da dann drumherum auf die Ommel gehauen hat. Oder natürlich dann auch im Stadion die ganzen Pyrus, die da abgefackelt wurden. Das war schon massiv. Du saßt ja neben mir, erinnere dich dran. Wir hatten ja diese ganze Zeit diese Aschewolken, die dann sich über unseren Lippkopf... Weil ich darauf allergisch reagiert habe. Also das war echt Wahnsinn. Genau, du bist da ja noch ein bisschen zimperlicher als ich insofern. Nein, aber im Ernst, das ist halt, das gehört halt einfach nicht dahin. Es gehört nicht dazu, es gehört auch nicht zu so einem Spiel. Nein, und auch diese Schmähgesänge nicht, die er anspricht. Die Schmähgesänge können schon sein, das finde ich nicht schlimm. Also natürlich kann man darauf verzichten, Scheiß an Pauli zu rufen. Finde ich auch, kann man. Ist auch nicht wirklich hohes Niveau, was man da dann an den Tag legt. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Es gehört halt irgendwie dazu zum Derby, diese Rivalität. Wenn sie sich in Schmähgesängen am Ende äußert, finde ich es völlig in Ordnung. Also Schmähgesänge meine ich jetzt im Sinne von Gesänge unter der Gürtelinie. Die müssen nicht sein. Aber das gehört dazu. Ich wollte gerade sagen. Ich finde, Rivalität muss auch dabei sein. Aber Dieter Hecking hat es auch gesagt, wir tun gut daran, das nicht so von außen so hoch zu sterilisieren, dass da eine Hektik reinkommt, dass da auch ein Gewaltpotenzial reinkommt. Sensationell. Kommt jetzt in jeder Aufnahme irgendein Wortspiel? Hoch zu sterilisieren? Nein, das wollen wir nicht hoch zu sterilisieren jetzt. Komm, machen wir da. Ja, das war auf jeden Fall gut von Bramfelder angesprochen. Eine gute Thematik. Wir gehen rüber zu den Social-Media-Fragen, die ihr uns gestellt habt auf Twitter, Instagram, YouTube. Und beginnen da mit dem YouTube-Kanal. Der Johann fragt, könnte eigentlich Unruhe entstehen, weil alle Innenverteidiger fit sind? Letchert, Papadopoulos, Van Drongelen, Jung, Everton, Jonas David, das sind ja schon sechs. Ja, siehst du da Konfliktpotenzial? Ja, auf jeden Fall gibt es da Konfliktpotenzial, weil natürlich, wenn alle fit sind, was im Moment ja noch nicht einmal der Fall war, aber sollte das dann irgendwann mal der Fall sein, dann sind ja schon mal zwei wahrscheinlich von diesen Innenverteidigern gar nicht im Kader am Ende. Und wenn dann ein Papadopoulos gar nicht im Kader ist oder ein Letchert gar nicht im Kader ist oder ein Van Drongelen oder ein Jung, also das kann schon dazu führen, dass der Spieler dann immer sagt, okay, dann habe ich hier nichts mehr verloren und das wird er dann auch äußern, behaupte ich. Aber Doboulos hat nach dem Spiel in Wolfsburg schon relativ klar gesagt, was er von der Situation hält, ohne es ganz klar auszusprechen. Also er hat das ganz moderat noch versucht, aber hat sich dabei auch immer wieder bewusst auf die Lippen gebissen. Also insofern, natürlich ist da Potenzial dahinter. Aber das ist nichts, was einen Trainer stört und mich als Trainer würde es auch nicht stören, weil ich dann genau weiß, in dem Moment, wo Spieler so unzufrieden sind, weil sie halt der Meinung sind, sie gehören in die Startelf, müsste ja auch normalerweise eine gewisse Form von Leistungsstärke dahinterstehen, um das zu argumentieren. Und wenn ich vier richtig gute Innenverteidiger habe und zwei davon muss ich draußen lassen, tut es mir für die beiden leid, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, in das Spiel zu gehen. Aber diese Option, die er auch noch anspricht, das Rotieren, wenn eine Mannschaft funktioniert und dann mal den einen reinwerfen, den anderen, das ergibt eher nicht Sinn. Das macht man auf der Innenverteidigerposition eher selten. Also die Viererkette ist eigentlich eine relativ stabile Kette. Jetzt muss man natürlich gucken, was mit Jamrat passiert, wie man diesen Ausfall dann am Ende kompensiert. Da wird man vielleicht noch ein bisschen suchen müssen. Aber auf jeden Fall hat man selten so, dass ein Trainer wirklich so matchabhängig rotiert. Vielleicht mal in einem Ausnahmefall, dass man sagt, okay, in diesem Spiel brauchen wir unbedingt einen Papadopoulos. Gegen Wolfsburg zum Beispiel hat Dieter Hecking ja auch gesagt, da passt das Spiel von Papadopoulos auf Grätschen aus, auf Zweikämpfe aus. Auf tiefstehen, auf Unterdruck stehen und viel Grätschen, viel Kämpfen, viel Zweikämpfe führen. Na klar, aber wie gesagt, ich glaube, das können die anderen auch. Insofern behaupte ich mal, dass Dieter Hecking hier zusehen wird, eine eingespielte Viererkette durchgehend oder möglichst konstant spielen. Tom ist bisher enttäuscht von Keen Zombie und daher die Frage, wie wir ihn sehen. Vielleicht zu Beginn haben wir uns auch unterhalten, gegen Darmstadt dachten wir so, hui, der Junge ist erst bei 60 Prozent, lange Verletzungen gehabt, aber jetzt heute zum Beispiel auch im Training, technisch stark, zweikampfstark, mit einem Abschluss. Er gewinnt auch an Spritzigkeit zu langsam dazu, er macht den Körper, bringt er besser ins Spiel. Also er macht jeden Tag Schritte vorwärts. Also insofern bin ich mir ganz sicher, dass es am Ende wirklich sehr interessant werden kann, was denn Ken Zombie wirklich hier imstande ist zu leisten. Er ist technisch hervorragend. Er hat in Kiel gezeigt, dass er eine Mannschaft sogar führen kann. Ich glaube, das kann er hier in Hamburg am Ende auch machen. Insofern, das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie weit er hier sich am Ende noch entwickelt. Bisher gebe ich zu, da bin ich bei Tom so ein bisschen, zumindest in Teilen, hat er noch nicht das gezeigt, was man sich von ihm erhofft oder was man von ihm auch erwarten kann. Aber ich bin mir ganz sicher, Tom, geben wir ihm ein bisschen Zeit, dann wird das zeigen. Ich wollte gerade sagen, ich finde, ad hoc kann man nicht diese 100% aus seiner Kiel-Zeit verändern. Der war ein Jahr raus oder ein halbes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, dass das braucht, dass der auch wieder im Kopf klar werden muss, die Aktionen wieder funktionieren müssen. Ich denke, das ist normal. Natürlich. Der muss sich erstmal wieder reinspielen. Der war fast ein halbes Jahr draußen. Man sagt ja meistens, so lange man draußen war, so lange braucht man, um wieder reinzukommen nach einer Ausfallzeit. Also insofern hat er ja noch ein paar Monate. Aber ich glaube, er wird schneller wieder da sein. Ando fragt, glaubt ihr, dass Dieter Hecking die Spieler irgendwie besonders behandelt oder dieses Spiel besonders behandelt, dieses Derby? Oder ist das für ihn ein Spiel wie jedes andere? Ich glaube, interessante Anekdote. Gestern nach dem Training. Gestern nach dem Training hat er ja gleich mal erzählt, wir haben ja gefragt, ob dieser Derby-Faktor, ob der irgendwas in seiner Spielvorbereitung gegenüber der Mannschaft verändern würde. Also genau die Frage eigentlich hier gestellt. Und da sagte er, das müsste er von der Situation hier machen. Er müsste sich da ein bisschen daran orientieren, was er so mitbekommt, was so um die Mannschaft herum passiert, was innerhalb der Mannschaft passiert. Weil er sagte, er hat schon alles gehabt in den Derbys. Er hatte ja schon verschiedene Derbys gespielt mit Nürnberg gegen Fürth, mit Gladbach gegen Köln. Und er sagte, er hat auch schon alles versucht. Einmal hat er das Derby so ein bisschen runtergeredert. Er hat gesagt, Leute, das ist ein Spiel wie jedes andere. Dabei kam dann ein 0 zu 0 heraus, obwohl man eigentlich als hoher Favorit ins Spiel gegangen sei. Die Mannschaft dann auch eingeschläfert hat. Er sagte, er hatte das Gefühl, dass seine Art vielleicht die Mannschaft sogar eingeschläfert haben könnte, genau. Also insofern, das wird er in diesem Fall nicht machen. Er wird schon versuchen, so ein bisschen Tempo mitzunehmen aus dieser ganzen Rivalität, die da drumherum, um dieses Spiel herum herrscht. Also ich glaube, er wird es gut moderieren, so wie er es bisher immer gemacht hat. Er wird das Ganze nicht überhöhen, aber er wird dem Ganzen auch nicht die Bedeutung nehmen. Im Gegenteil, er wird den Leuten klar machen, dass es ein ganz wichtiges Spiel ist. Aber das ist normalerweise dann auch, wenn diese Mannschaft, wenn der HSV wirklich an seine 100 Prozent wieder rankommt, dann dürfte das für dieses Spiel auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit beinhalten, das Spiel zu gewinnen. Wie muss Dieter Hecking jetzt eigentlich auf die Mannschaft einwirken, wenn die gesehen haben, ein Teamkollege von ihnen verletzt sich so schwer, da kommt ein Krankenwagen. Da ist er ja auch als Psychologe jetzt ein bisschen gefragt. Ja, aber ich weiß gar nicht. Auch das würde ich jetzt nicht überhöhen. Natürlich, es ist eine schlimme Verletzung und die Spieler werden auch heute noch unter diesem Schock stehen und werden sich da natürlich Gedanken machen, werden dann Jamrah hoffentlich auch dementsprechend unterstützen und sich bei ihm erkundigen. Aber es ist trotz allem, eine Verletzung, die halt immer wieder mal passieren kann. Man hat auch schon andere schwere Verletzungen gehabt. Mit Samperio letztes Jahr hat man hier ja eine ähnliche Situation gehabt. Der hat damals sich das Knie im Training ganz schwer verletzt und ja, da war offen, ob er überhaupt nochmal zurückkommt. Also ich glaube, es wird am Ende so in der Art Jatta, also eine negative Situation, wird hier am Ende dazu führen, dass diese Mannschaft nochmal ein wenig enger zusammenwächst, weil Jamrah, muss man dazu sagen, ist in der Mannschaft sehr beliebt, sehr gut angesehen, hat sich sehr gut eingebracht, hat schon viele gute Freunde, in dieser Mannschaft gefunden, wie wir jetzt gehört hatten oder auch sehen konnten. Er kennt ja auch schon ein paar länger. Er kennt ein paar natürlich schon. Gideon Jung, David Kinzombi. Lukas hinter sich. Also er hat da ein paar Kontakte schon gehabt, natürlich, aber wie gesagt, er ist sehr beliebt und ich glaube, die werden das Beste daraus machen und werden sich dann am Ende da wieder positiv, mit einem positiven Spirit aus dem Ganzen heraus arbeiten. Das bleibt zu hoffen. Old Max stößt da etwas an, was bei mir und bei uns ein bisschen für Schmunzeln gesorgt hat, die Verbrüderung von Tobias und Bastian. Nämlich Bastian Schweinsteiger im Winter-Neuzugang? Genau. Ob Bastian Schweinsteiger im Winter kommt, das hängt noch ein bisschen davon ab, ob Lukas Podolski auch mitkommen darf. Nein, aber im Ernst, das wird natürlich nicht passieren. Also der HSV wird diesen Weg, wird der HSV sicher nicht gehen, zumindest nicht als Spieler. Vielleicht ist da Bastian Schweinsteiger irgendwann mal im Trainerteam interessant für den HSV, aber ich glaube, das ist auch noch nicht der Fall. Also ich glaube auch, dass Old Max die Frage nicht ganz gut sein kann. Ja, ich glaube auch. Wird der HSV denn den Weg gehen? Nochmal abschließend zu Jan Djamra, weil das auch die Frage von vielen Newsern heute natürlich war auf Twitter, Facebook, Instagram. Wird der HSV den Weg gehen, da noch einen vertragslosen Rechtsverteidiger zu holen oder eher Joscha Wagnermann aufzubauen, Kalenderei zurückzuziehen? Ja, das hängt vielleicht an, obwohl man kann ja zumindest schon mal bis zum Winter kann man ja planen, aber ich glaube, dass man versuchen wird, das jetzt erstmal intern aufzufangen. Man muss es natürlich erstmal intern auffangen. Vertragslose Spieler haben wir uns mal durchgesehen. Da sind auch nicht so viele gute Spieler dabei oder so viele Spieler, die mir jetzt sofort ins Auge stechen würden. Giulio Donati wäre noch so einer, der kennt die Bundesliga zumindest aus dem Mainz, der kennt also den deutschen Fußballer ein bisschen, hat in Leverkusen und in Mainz zuletzt gespielt. Der ist vertragslos und Rechtsverteidiger. Könnte passieren, dass man da vielleicht nochmal tätig wird. Auf der anderen Seite hat man natürlich mit einem Josch Wagnermann auch einen Spieler, den man auf der Position einsetzen könnte. Man kann dort auch eine Reihe nach hinten ziehen. Wie gesagt, hatten wir ja vorhin alles. Und offensiv hat man sowieso über der Außenbahn ein Überangebot insofern. Zumal, was wäre das auch für ein Zeichen an Josch Wagnermann, an das eigene Talent. Wir setzen dir jetzt nochmal einen vertragslosen Spieler vor. Das wäre jetzt auch nicht so unbedingt das glücklichste Zeichen dann. Nein, absolut nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, dass sie zumindest zu Beginn erstmal versuchen werden, das ganze Thema mit Josch Wagnermann abzuziehen. Ben fragt auf Instagram, ob so ein Spiel wie gegen St. Pauli jetzt was ist, wo man Kiriakos Papadopoulos in die Innenverteidigung setzen wird, kann, sollte. Nein. Also wie gesagt, wir hatten das ja mit der Viererkette. Ich glaube, in der Viererkette wird nicht so oft verändert. Man möchte da eine eingespielte Viererkette haben. Jetzt hat man schon einen Ausfall mit Jamrata, wird man sich noch eine zweite Veränderung antun wollen in dem Fall. Also ich glaube nicht, dass da auf Papa gesetzt wird in diesem Spiel. Normalerweise nicht. Aber vielleicht ist das dieser Special-Effekt, den Dieter Hecking dann irgendwann mal rauszaubert. Bislang hat er auf diese Special-Effekts eigentlich verzichtet. Er ist eigentlich sehr planbar, Dieter Hecking, in seinen Aufstellungen gewesen, was es für die Spieler oft auch leichter macht. Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Struktur, es gibt Halt. Genau, es gibt eine Struktur, es gibt Halt. Man weiß als Spieler genau, woran man ist. Insofern, die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach ist gering, dass Papa spielen kann, aber sie ist nicht aus. Klar, im Fußball, wie heißt das so schön, ist immer alles möglich. Vielleicht ganz kurz dann noch zum Startelf-Thema. Da gibt es ja auch die Debatte um Aaron Hunt, sollte er spielen, sollte er nicht spielen. Meine persönliche Meinung, wenn ich die vorweg schicken darf, Sonny Kittel, David Künzombi haben es im Zentrum super gemacht. Die Mannschaft generell, die da aufgelaufen ist gegen Hannover, super gespielt. Warum dieser Mannschaft das Vertrauen entziehen? Das sollte man eigentlich nicht machen. Ich weiß nur, dass Dieter Hecking jemand ist, der gerade diese Strukturen, die er am Anfang hat, gerne beibehält. Da war Aaron Hunt natürlich gesetzt als Kapitän auch bei ihm und er hat viel Vertrauen von ihm bekommen. Und wie gesagt, Hecking ist jemand, der auch gerne dann solche Hierarchien beibehält. Insofern könnte es sein, dass er sagt, Aaron Hunt, wenn er fit ist, ist wieder meine erste Wahl. Er würde das dann allerdings zulasten von Sonny Kittel machen und Sonny Kittel, das hast du genau richtig gesagt, der hat natürlich in den letzten Wochen besonders gut gefallen und vor allem sein Tempo hat dem Spiel sehr gut getan. Ein Tempo, das in Aaron Hunt wahrscheinlich nicht mehr gehen kann. Insofern bin ich bei dir. Ich würde tatsächlich auch jung und frisch aufstehen. Frisch. Wer ist denn frisch? Jung und frisch. Sonny Kittel. Ach so, verstehe. Jung und frisch. Jari-321 spielt einen Namen nochmal aus Martin Harnik, den Neuzugröger, den hatten wir auch. Welche Rolle wird er spielen, Scholle? Ja, gute Frage. Jetzt, wo Jamra ausfällt und eine Reihe, wenn er nach hinten gezogen wird, könnte er sogar einer der Kandidaten für die Startelf sein. Er wird auf jeden Fall ein Kandidat für den Moment sein, wenn es noch um was geht. Wenn der HSV jetzt nicht vom Beginn an mit ihm spielt, dann wird er einer der Kandidaten sein, die eingewechselt werden, wenn der HSV dringend noch ein Tor schießen muss. Dafür hat er einfach eine hervorragende Quote, die vom Trainer auch immer wieder betont wird. Seine Quote, seine Torquote. Er hat, glaube ich, bislang in jedem Zweitligaspiel oder in jedem zweiten Zweitligaspiel hat er ein Tor erzielt. Auch gefühlt in jedem zweiten Training. Im Training trifft er sowieso. Das haben wir gestern ja auch gesehen. Also wirklich, heute war natürlich das Spiel sehr schnell abgebrochen dann, aber Martin Harnik trifft im Training auch. Auch wenn er mal nicht auffällig mittrainiert, trifft er dann am Ende doch. Also das ist schon tatsächlich so ein Phänomen, dass der Trainer immer bei sich mit einplanen kann und worauf er hoffen kann. So, Hannes Rowe, abschließend, wie bewertet ihr den FC St. Pauli. Schade, du bist natürlich auch da immer wieder tief im Bild drin. Was kann dieser Verein, was hat die Mannschaft für ein Potenzial? Auch wenn sie viel Verletzungspech hatten, hat Dieter Hecking zum Beispiel angesprochen. Die Mannschaft kann schon im vorderen Drittel spielen. Siehst du das auch so? Was Dieter Hecking das sagt, ist natürlich klar. Er muss natürlich den Gegner etwas stärker machen, damit die eigene Mannschaft nicht in die Situation oder überhaupt in die Versuchung kommt, den Gegner zu unterschätzen. Der FC St. Pauli hat eine sehr unruhige Vorbereitung hinter sich, hat eine sehr unruhige Kaderplanung, hat er plötzlich 35 Spieler im Kader, hat davon aber ganz viele auch gar nicht für die erste Mannschaft so vorgesehen gehabt, hat jetzt noch ein paar Spieler geholt zum Ende der Transferperiode auf Leihbasis zum anderen auch. Jetzt hat Möller-Dehli sich noch verletzt, ist angeschlagen. Also wenn Möller-Dehli verletzt sein sollte, was wir ihm natürlich nicht wünschen, aber was natürlich passieren kann, dann wäre es für den HSV mit Sicherheit nicht schlecht. Im Gegenteil, Möller-Dehli ist für mich der beste Spieler beim FC St. Pauli im Kader und immer wieder für was Überraschendes gut. Aber ich sehe den FC St. Pauli jetzt noch nicht auf Augenhöhe mit dem HSV, was allerdings sportlich betrachtet ist in so einem Spiel mit den ganzen Voraussetzungen, mit der Stimmung und mit dem Ganzen, mit diesem Adrenalin, das dieses Spiel an sich schon mitbringt. Gleich das allerdings einiges aus, insofern darf man sich darauf nicht verlassen, dass man hier sportlich vielleicht besser ist. Im Gegenteil, man muss das auf dem Platz zeigen und da bin ich komplett bei Dieter Hanging mit seinen Worten. Es wird am Ende sehr viele Eins-gegen-eins-Duelle geben, also sehr viele Zweikämpfe und in diesen Zweikämpfen muss man präsent sein. Wenn der HSV das ist, dann wird er das Spiel gewählt. Mit dem Community Talk sind wir am Ende. Vielen Dank, Scholle, für deine Expertise. Mit der Berichterstattung vor dem Derby sind wir beide natürlich noch lange nicht am Ende. Schickt uns eure Derby-Momente, Rituale, Geschichten, gerne auch als kleines Video auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir bauen das dann ein. Wir intrigieren dich. Wir unterhalten uns gerne darüber mit euch und sind natürlich auch bei den Trainingseinheiten weiter vor Ort, auch beim FC St. Pauli werden wir mal vorbeischauen, ein bisschen Gegnerbeobachtung machen. Danke fürs Zuschauen und bleibt am Ball. Ciao. Bis dann. Tschüss.